hey ho leute willkommen bei einem neuen projekt von quacktales und mir also ihr wisst ja ich gehöre auch zum teil zu quacktales hinzu das projekt heißt versus es ist noch nicht auf youtube so viel ich weiß drauf weil das haben wir uns auch gerade eben erst ausgedacht so spontan sache in dem spiel geht es darum die regeln sind relativ einfach wir sind auf einer map dort sind ist inventär gesetzt wir sind nicht auf einem server sondern er spielt auf der gleichen map wie ich wir haben uns vorher den seed geholt der seed ist in der beschreibung natürlich das ist ein ziemlich geiler deswegen da kommt man noch schnell zum end das haben wir uns den ausgesucht und der sinn ist dass der der als allererstes wir nehmen immer gleich lange auf ja das heißt wir nehmen immer zu zweit auf mit immer nach skype kommt hier und wer als allererstes den ender drachen siegert der hat dieses spiel gewonnen das heißt es wird ein projekt sein was über mehrere folgen geht auf youtube ist es noch nicht diese idee und wir schauen wenn es gut ankommt fangen wir danach vielleicht nochmal an ich muss noch kurz die türe zu machen erzähl du noch mal was ja das war eigentlich alles ne und ja jeder macht halt irgendwas anderes man kann natürlich jetzt direkt zum ender drachen gehen und ihn mit den faust füsten und dann stolz aber nicht ja kann man nicht aber ich meine dann hätte man schon gewonnen soll mal loslegen 3 2 1 los geht man spawnt ungefähr gleich das von bestimmten radios erstmal hast du auch ein wunder bei mir läuft auch eins drumherum bei mir laufen so viele pferde aber wir haben ende gewinnt weil also manchmal wir schaffen es nicht in 20 minuten wir nehmen jetzt auch nur eine testphase 20 minuten auf schafft man nicht schafft man nicht bis zum ender drachen ich denke noch mal zu zehn fahrzeuge ja weil wir müssen ja noch endermans schlachten um ender augen zu kommen und ender augen sieht man auch nur selten ja es ist aber das stort ist ja direkt an der nähe des hier ist ja ein direkten sturm holt deswegen kommt da sind auch schon mal in der füllen drin ja ein bisschen wird es dauern aber wir haben extra den zieht genommen damit dass die 100 Parts dauert das ist ja langweilig übrigens Prozent deine Stimme leckt noch doch scheiß und stürmer ein guter bei mir leckt die Stimme nicht Prozent wie ihr sehen werdet wahrscheinlich ist das auf meinen Kanal hochgeladen Prozent und auf Cracktales Prozent in der Beschreibung brauchen wir würde sie werdet ihr dann können zu viele Pferde werdet ihr dann ein splitpart sehen also dann ich weiß jetzt nicht wie wir das jetzt genau machen entweder oben mein Bild und unten seins oder anderswo man sieht unten links meins und unten rechts seins oben drüber steht Cracktales je nachdem also ich nehme auf wie ihr seht er lädt das nur so für sich hoch also wenn er das unbedingt will kann er das halt machen ich reite ein Pferd wie ihr seht habe ich jetzt auch eine größere Pixelgröße eingestellt zum aufnehmen um und schon ein paar Mikro Rüttler tut mir leid das liegt jetzt an den Grafkarten hatte ich ein paar davor schon erklärt ich muss gerade den zweiten Bildschirm ausmachen hat gestört hat am Auge ihn und was hast du ich habe eine Steinspitze jetzt finde ich mich toll ich bin mir gerade erst mal ein was zu essen am Rollen ich habe nur zwei Höhne ja das war zwar ziemlich dumm aber du musst schon in die Höhne gegangen oh nein vielleicht sollt nein oh ich habe Eisen gefunden ich habe einfach mir merkt es ja momentan noch weiter als ich aber das ist eigentlich schnurz egal ich habe erst mal acht Eisen gefunden aber ich wie ist das eigentlich mit dem Bett wenn man kein Bett hat am Sportmann direkt am Sport hier ja das ist ja hier direkt an der Schlucht also soweit werden wir da schon weg gehen außer in die Wüste für eine neue Höhne ja boah ich bin da voll die Mentors am Loch ich habe voll Hunger ich dachte das sind Erkältungsbonbons weil bei uns heute waren sechs Stück bei uns nicht da sechs Leute waren krank heute uh Babyfohlen oh fuck das sieht ja aus wie gibt es Esel jetzt darf ich mich das sieht ja aus wie ein Esel ganz ehrlich es gibt Esel ja es ist ein Esel uh Esel das Gute ist hier sind auch direkt Bischar hey ey das Schi hat überlebt YOLO ich habe den Zippo runtergeschubst erlebt es lebt oh man ich muss mir abgewöhnen alles mitzunehmen ich habe meistens manchmal schon eins der Kohle und dann will ich trotzdem noch abbauen wird es bei dir auch langsam nachts ich weiß nicht ja wird es ich meine wir haben ja die Welt gleichzeitig neu generiert also ja wird es sollte es könnte man so meinen werden Gott Gott was auf dem Wasserfall das ist ein Wasserfall im Wasserfall schwingen um keine Herzen zu verlieren ich denke mal wir gehen eine etwas andere Strategie an das ist natürlich auch lustig aber fackeln und denken zu machen Hilf mir nicht ich bin ein Gegner nein ich meine nur damit die Leute auch was sehen und so ja bei mir tut man immer was ich habe bei mir auch ganz so hab ich das ich glaube ja Leute die haben mich da hätte ich habe grad voll den Pressanfall Funktionen Graphic Einstellungen wo ist das denn ja helligkeithel aber trotzdem reicht mir das nicht ja Hallo Lava ich bin ein guter Kumpel wir haben Keep Inventory das heißt wenn wir kaputt gehen haben wir das Inventar noch ja weil wir sollen noch nicht 10 mal Diamanten farmen weißt du aber nein man braucht erst eine Eisenspitze bei uns ist es exklusiv wir finden im ersten Part Diamanten das ist so gut und wir sind die allerersten nicht überhaupt sowas machen ja also glaub ich also ich hab Star vs. gefunden aber was anderes also jetzt nicht so voller Jump Map oh fuck das ist ein bisschen hoch vor allem das ist so ganz einfach und man kann da aufnehmen man braucht immer keine Mods für was gar nix aber es ist viel Arbeit zum Randern und zusammenschneiden aber ja also du könntest es mir schicken dann könnte ich dir das machen also ne ich mach das schon aber ich mach das irgendwie voll verschwissen aber vor allem was mich sehr nein ich mach das ich nicht auf die Idee gekommen bin das zu machen sondern eher also ich bin halt der der Esel der lebt und der lebt so haarknapp an der Bibliothek und dem Tod komm geh noch in die noch eine Etage runter ich sagte alter stirb also wie viel Eisen hast du so und ich habe 10 Eisen die Bibliothek die Bibliothek ich habe gleich so 20 ich mache erstmal keine Rüstung weil die Dias die Dias ich brauche mir jetzt mal ein Ruf und ich lass das schmerzen nicht richtig mich hier in der Bibliothek ein 2 2 2 2 2 2 2 2 Uders noch mit die Esel machen ja Angst ach warte und ich frage mich warum nichts passiert ey passt du Monster aus oder so hatte ich hab ich das hab ich das aus ich will das auch nicht das wird irgendjemand kommt und nicht hier ab und das ist die Spielregel naja ich guck jetzt ich hab gleich auf dem Level 5 und die Zuge zu die Züge zu die Züge zu wir sind auch gut zum B wir wollen mich holen oh ich hab genug mein was will ich mit den ganzen zwei komm ab Esel so 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 So, weil ich weiß, dass ihr überall verstreut Giaslinge macht mir direkt eine Einzelspitzsacke, was der bestimmt eh schon hat. Das mache ich mir gerade. Gut, dann will ich ja doch noch nicht so weit finden. Und ein Einzelspitz, weil man nie weiß, was auf einen zu passt. Hab ich auch, gerade gemacht. Halt die Klappe und klau mir nicht meine Ideen. Ich brate mir jetzt mal ein schönes Hirnspitz. Gleich. Hm, ich mach mir erst mal ein Eis. Ach, ich brauch gern, ich brauch gern, ich brauch gern. Ich mach mal das Zeug 2. Wir haben es ja, wir haben das Geld. Wir haben das Geld. Ne, als ob wir das haben. Ne, wir sind so Penner, Straßenpenner. Wir arbeiten auch im verdeckten Dunkeln da. Also, ne. Also, wir nehmen auch gerade ein Internetcafé übrigens. Mh, deswegen hört man auch ziemlich viele Leute im Hintergrund. Ja, und vor allem, äh, wir sind hier so dreckig laut RTL, dass wir uns nicht waschen. Deswegen sind hier auch die Straßenpenner. Ähm, ja, das geht ja gar nicht klar. Aber natürlich, RTL verlangt das von uns. Ich glaube, ich hab noch auf Peaceful. Ja. Machen wir einfach, oder normal? Menschen, Menschen. Ich dachte schon. Ja, alles locker, locker. Locker, locker. Locker, locker. Und ich habe, ach, die, ja. Schon? Ja, die sind da direkt unten, oder so. Hm. Ha, du spoilerst gut. Ja, okay. Und ich... Leul, ich bin zu blöd, ne Tacho. Warum hab ich... Alter. Ich habe nur sechs daraus bekommen, WTF. Ja, das wäre ja unverwendig, wenn ich das nicht verraten würde, weil ich hab mir das angeguckt ein bisschen. Also für mich ist es schon fair genug, dass du überhaupt irgendwas sagst. Uh, ganz, ganz viel Eisen. Ich sag nur, wir sind genug, die Arten. Wir sind nur... Alter! Alter! Noch mehr! Was, du, den Arschloch? Alter! Hast du verkackt? Nein! Der Kühler war der beste Erdbeer, der ist die Wasserfall von unten, aber ich hab den nicht gesehen, aber bei mir springt der mich dabei. Ich hab von vielen Ideen aus. Die sind alle ziemlich naheinander, okay, das darf ich der wohl sagen. Hallo Lara, danke. Boah, der Kühler. Ja, leckt nicht. Brauchen wir Lappes? Silberlich. Ja, rauf ab! Goldäpfel könnten wir uns natürlich auch machen. Es gibt da so übele Goldäpfel, wenn du dir... ...wenn du acht Goldbläcke... ... äh, Goldbläcke und Apfel machst, die sind übel. Aber da brauchst du natürlich auch zwei Spiel. Oh, das müssen wir schon da machen. Oder sag mir jetzt nicht was. Das hab ich ganz vergessen, aber das ist wichtig. Ich will ihn ganz kurz wie generieren. Und es kratzt sich direkt am Anfang ab. Oh, hallo Creeper. Nice to meet you. Wenn du jetzt kommst, scheiß gleich. Jetzt kommt deine Spinne. Auch da runter, doch du. Jetzt hab ich Angst. Die ganze Zeit waren alle so nett von mir. Und jetzt... ...ist... ...das Geile ist hier auch so... ...ist hier nicht nur wie... ...ist hier... Oh, hallo... ...hallo starker Zombie. Natürlich kommt das Erste, was mir entgegenkommt, ist ein starker Zombie. Ich glaube zumindest, dass er dann starker ist. Neu und Skelett. Ich dachte schon, wer... ...wenn... ...äpfel und Eisen, äpfel und Eisen. Ich weiß schon, was ich mir gleich mache. Ich hab mich in den Adarverkampf gedauert. Ich mach mir gleich ein Bett. Meist die Mieti. Genau, würde ich bin. Was für eine Vollidiot-Spielle. Maaan... So, aber die Monster... Welches Monster hast du am meisten? Eine Skelette irgendwie. Naja, ich hasse die Silberfische, ja? Achso, ja, okay. Ich hasse die... ...und glaub ich. Gut. Schön in den Wasserfall springen, nicht in den Laurafall. Alter, wie robust sind die scheiß Esel? Die leben ja immer noch. Die sind jetzt... ...lauerhaft. Oh, ich hab mal in der Lava geschüttelt. Sie sind jetzt so hoch runterziefgeflogen, dass die... ...kirren... ...uh. Das sind hier in der Kiste. Eins, zwei, drei, sieh, 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 sieh... Ich hab sechs Diamanten. Wie viele hast du? Ich hatte da bei den ersten auch sechs Diamanten. Ich gedekte... Oh, ich... Ja, ich krippiere gerade schon. Ich bin gestorben. Juhu. Was, deine Items noch? Mhm. Jetzt fähig ich mich wie ein Klau. Ja, nicht aber nicht. Ja, das sagt einem Esel. Die Moral des Esels hat mich getötet. Ja, das sagt einem Esel. So, was macht man sich alles aus Dias? Viel. Da bist du scheißgeletscht, du. Man braucht zwei für den Zaubertisch, ne? Was? Man braucht zwei für den Zaubertisch. Ja, warum dann kein Diabon? So, den zieh ich aber jetzt mal nicht an. Können Sie sagen, dass sie dann voll auf der Diabon sind? Ja, das ist direkt gut. Da sind bestimmt noch auch auf und weise, aber ich brauche jetzt erstmal eins. What the fuck? Achso, schon gut. Wie viele Ideen hast du? Ich hatte 15. Jetzt habe ich noch zwei. Was hast du dir alles gemacht? Äh, Diabon-Panzer, Spitzhacko und Schwert. Scheiß Skelett. Äh, ich fälle Bäume. Hier ist nichts Gutes, ne? Oh, holy fucking shit. Ja, genau. In fünf Minuten. In fünf Minuten. In fünf Minuten. Ja, genau. In fünf Minuten. In fünf Minuten. Ich hab' einen Pfeil so kurz überm Auge in die Stunde. Neu, warum hab ich schon acht Level? Ich hab auch schon acht Level. Kein Glas. Wozu? Hm. Hm. Noch zehn Minuten. Äh, fünf Minuten. Net, wach. Na. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. So, so. Oh, ja? Guck mal. Guck mal. sag fünf Minuten und alles gut das ist zu wenig hier sind Pferde bis zurück geht nicht mehr alter komm wir bauen uns nen Reiter hoch ey ich will mal wissen wieviel er ey die geben Leder tut mir leid Pferd ey davon könnte man sich ne Lederrüstung machen ich dachte auf ein Gras spawnen viele Tiere aber nein ich habe eine ziemlich schlechte Orientierung in dem Spiel also mit Koordinaten hm gut wie lang noch weil ich muss runter ich wollte zu ihm nach unten gefördert ooooh warte kurz ich muss meinen Ofen wieder finden äh ah Moment soo was war alles in mir sag ich bin runter wie lang noch eine Minute eine Minute ok ok und auch hier ist jetzt hier offline also wenn jetzt keiner von uns da ist darf man nicht weiter machen das auch gegen die Spiel hatten wir noch vergessen zu erwähnen ja wenn wir zwei ja so wie immer machen dann geht's wohl nicht an einfach ja ich kann mir auch allein aufnehmen ja ja dann würde ich sagen was das hier für den ersten Part gut ich hab wasser gefunden Moment wir schauen wo das Wasser herkommt ich hab ich schon wieder vergessen ich hab vielleicht wieder runtergehen hm 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 so ich würde sagen das war der erste Part weil mich schon wieder verlaufen ab ok bleib einfach da stehen wo du bist ja ich glaub das steht noch zu Ende aus dem Tod kann mich hier eh nichts mehr erwarten ok ok aber paar sehr spannend also ich verstehe sehr was ungekündig Bürger Montser und ganz ganz oben Masse und die Schicksal Quaschus was er scheiße in ihrem Gesicht Ach, nee, ich hab mich grad verschanzt, weil ich dem Toten ab bin. Okay, dann verabschiede ich mich jetzt. Bis zum nächsten Mal, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Versus Game und sag du auch mal Tschüss. Ciao.